Schmeckt das hier? Was für die Großkarte? Das ist wie so ein Milch. So. Und auch das eben, wenn man das alles nicht mehr runter warst. Nö. Ich hab den auch schon ein bisschen selber gebraucht. Das ist auch ein Milch. Das war angenehm, ich muss nur noch ein Metall. Das heißt, hier erzähle ich nicht mehr. Warum ist gar kein Metall? Warum ist das? Wachstabier? Ja. Keinerlei. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab Kocknergleich dazu. Denn auf der Oberfläche ist ein Stückchen. Ich hab keinen Polariner Schorn. Ich hab keinen Polariner Schorn. Ich hab keinen Polariner Schorn. Ja. Ja, und ich hab keinen Polariner Schorn. Und dann sagen wir mal... ... und dann machen wir mal mal... Ja, ich hab keinen... Warum nicht? Was ja... Ja, und ausreichend hier ist es ja vorhin. Das heißt, heute ist ja gar kein... Aber das geht ja gar nicht. Ich dachte, du bist gar nicht angegessen. Mit wenigen Orten machen? An den Spiegel, ja. Ich glaube, das merkt man normalerweise nicht. Da ist ein Stück. 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 Am meisten Deren, Spiel. Das ist ophantisch. Das ist Stern war's. Das ist irgend kniffl rumor. Daobedren,